Willkommen zurück zu Enotria de Demo. Eventuell die letzte Folge, ich weiß es nicht. Weil ja noch dieses Steam Vorschau läuft, wo ganz viele Demos zum Ausprobieren da sind. Und ich weiß halt nicht, die läuft bis 19 Uhr, wir haben es jetzt 18.41 Uhr, ob diese Demo dann wieder verschwindet von der Bildfläche. Das kann ich nicht sagen. Falls ja, das ist, wie gesagt, die letzte Folge. Falls nicht, wird noch eine Folge kommen. Äh, Fast Travel. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Level mache. Also ein Mal aufleveln. Weil die Gegner ja doch ziemlich reinhauen hier, ey. Ich weiß auch nicht, ob da noch ein großer Boss kommt, ob das jetzt der finale Kampf ist. Keine Ahnung, wie lange die Demo überhaupt noch geht. Ohne neue Maske. Vielleicht können wir mal einfach eine aufsetzen wieder, oder? Ähm. Kann ich das bloß bei den, ich nenne es mal Schreien? Oh, ist nicht. Oh, ist nicht. último, als ich Okay, macht damage, alles klar. So, ich glaube bei 4000 oder so gab es wieder das Symbol für ein Level ab. So, ich glaube bei 4.0 oder so, ich glaube bei 4.0. So, da frage ich mich gerade, ich habe ja öfter mal dieselbe Waffe bekommen. Ich werde vielleicht nicht da stehen bleiben. Traumatisch, ne? Wurzigerweise kann ich den scheinbar gar nicht benutzen. Ach ne, die sind dann einfach öfter da. Da würde mich jetzt interessieren, stand da ein Wert eventuell mit bei? Da würde mich ja immer interessieren, ob man die dann doch verkaufen kann, weil wozu brauche ich die dieselbe Waffe 4-5 Mal? Kraftsack. 4-5 Mal? Ja. So, ich werde mich gleich nochmal an den beiden versuchen. Ich werde bestimmt wieder kläglich scheitern. Ach, ne. Ach. Attack Power. Defense. Sehe ich eigentlich hier irgendwo mein Gesamtlevel? Nö, das sehe ich nur, wenn ich hier klicke, ne. Level 43. 40. Scheiße. Zeppin' pig. 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 Was übersehe ich? Wie geht es wieder hier hin? Wie geht es wieder hin? Wie geht es wieder hin? Ich verstehe es nicht. Guck mal, da ist ja auch was. Nein! Nein! Wie geht es wieder hin? Ja! Hm, ich bin ja blöde. Bin ich nicht, wir sind ja doch wieder hier. Wie geht es wieder hin? Mensch! Ah! Ah! Ja! 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 Alter! Aber wir heilen dadurch. Achso, der ist tot. Heilen wir pro Treffer? Ja! 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 Ich frage mich gerade, ob wir eventuell auch wieder an den Anfang zurückkommen. weil das sieht ja so ähnlich aus durch die ganzen Äste und so und die Stämme an der Brücke wo sich die beiden dann in den Tod gestürzt hatten. Ja! Hallo! Okay, ich heile also nicht immer. Keine Ahnung, wonach das geht. Ich brauche Videos lange. Ich freue mich. Hey, bis jeder! Das geht noch Five. Haben Sie sich nicht mehr, чтобы er jetzt mache eine showsger�! ? Ja! Nice! Zuhause dann sind wir die dringenden Namen und dort seitdem. Ich habe das Wort. Jetzt aber so, Idol ist erged in defens dale enslige Kincaya nach altar zu sein. cool gemacht ist das schon muss ich sagen das gefällt mir echt richtig gut so ich will auf jeden fall eigentlich noch gern zu dem aufladepunkt hier wieder jetzt mal in kauf genommen weg 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 das war hier noch im bosskampf ok eigentlich würde ich gern noch leveln bevor mein ganzes memento weg ist ja komm was soll's wir gucken uns den zumindest noch an auch wenn vielleicht gleich stopp ist ok da hat jetzt schon Life blooms through crimson sucker, death dashed on the precipice of being. The cycle must begin anew. Blessed Maya, guide me through the darkness. Must the shepherd join the world? A late arriving. Let us pray. 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 Oh, come on. Das war's. Ah Mist ey, knapp die Hälfte. Jetzt am Ende lief's eigentlich ganz gut. Gut. Es ist nach 19 Uhr, also eventuell kann ich die Demo dann doch noch weiterspielen. Falls ja, werden wir uns hier wieder sehen. Falls nicht, jo, war's das. Auf jeden Fall cooles Game. Bitte bedanke mich. Bis denne.